Geht los. Warum hast du gerade deinen Skill geschossen? Ja, 4 Top. Geht jetzt einfach alle Top, bitte geht's Top. Hatte ein Problem damit. Bitte geh einfach Top. Ja, kommt schon, kommt schon. Ist der Zeit. Mein Gott, ey. Ist meine Freude. For glory. Kommt schon, kommt zu Offa da. Ich hole den Mannchen. Ihr Wünscht. Muss die Freiheit wohl grenzlos sein. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, K-A, was ist denn? Oh, Kaktus. Warum habe ich das nicht gleichreichen können? Ich habe das nicht. Kaktus! Kaktus gibt es nicht. Das heißt, das heißt, Das Schusswort gibt es nicht. Das ist genauso wie die Duschlampe. Auch da kann er drüber. Kaktus tut man irgendwie in der Seele. Das ist kein Deutsch. Das ist angewandtes Mischmasch. Eben Kaktus. Oh, das fokust direkt an Champer. Habe ich gar nicht gewusst. Was? Verwüsten. Oh, das ist beim Maustzäger. Oh, sehr gut. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe mich schon gewundert. Komm, bitte. Ich möchte den Sechsten lassen. Jawohl. Sechs von Sechs. Ich bin so stark. Ich liebe meine Range. Und meine Mana. Und meine Ous. Ich finde den Gems so cool. Ich bin so stark. 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 kugel ok außer zweiter kommt daher natürlich und wir spielen champions zum ersten mal so habe ich doch gesagt das ist ob du möchtest in irgendein paar ausprobieren aber wenn ich ganz zurück ich hab gesagt ich möchte einmal aus bericht sich auch von mir aus kino jetzt kannst du meine oma verzögen ja gib mir ihre nummer darauf ist schnell und sox ihr heute gehe ich heute mit dem laptop und skype weg ist auf herr oma da wieder wer was sagen ich hab das genau gesagt ich hab das gesagt das ist mir voll demoralisiert mit dem scheiß kaktus oder das tut einfach nur weh mehr nöt la da 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 das ist ja ich bin es ist wieso wenn es ist weil wir killen macht oh das ist danke ja ich hatte ich mal was mal Das ist ja unser Tor, also ein gegnerischer Tor, den Menschen. Mana habe ich scheinbar mit ihr mehr genug. Wir sind jetzt gerade wieder mal alle beschäftigt, oder was? Du bist in Gedanken, der Mac ist irgendwie nicht ganz da. Ich sage doch, du bist nicht ganz da. Und ich habe da noch eine neue Abklingzeitverringerung, glaube ich. Und ich habe da noch eine neue Abklingzeitverringerung, glaube ich. Aber ich habe die ganze Bot dann auch farmen, weil ich kein Leben kriege von der scheiß Kale. Da frage ich mich echt, für was ich Clarity mitgenommen habe, wenn der Typ mir eh nie das Mana ausgeht. Kann man aber vorher nicht wissen. Ja, die da in der Mitte meine ich auch. Was ist mir? Was willst du? Du kannst an den Bot kommen, wenn du Zeit hast, gell? Ja. Ach so, du brauchst damit eine Hilfe dann. Kann ich auch helfen. Ja, ich schaue mal ein bisschen mehr auf. Die... Die Fetzen wieder aufrunden. Die Katelyn hat unbedingt Barrieren. Fuck, ich bin zum ersten Mal oben. Ja, du bist oben und dann stirbst. Ja, das ist der Scheiß. Sonst hätte ich den noch geholfen. Fucking Omae da. Es gibt nichts Schlingeres als oben zu sein. Doch. Keine Lebenser? Für mich nicht. Für mich ist oben schlimmer. Für mich ist Talon. Alter, weißt du, wie schlimm es ist, oben drunter zu sein. Ja. Das ist einfach nur schlimm. Das kannst du ihm nicht auch tun. Hm, überleg gerade. Soll ich mir dann nachher mal den kleinen Scheißer in der mitten da kreuen. Ich brauch nur mal schauen, dass ich Ult kriege. Und dann kann es eigentlich schon los, gell. Was meinst du, Mac? Was hättest du? Soll ich mir da mitten den kleinen Scheißer in der kreuen? Ja, mach. Spass gleich. Ja, ich muss nur kurz auf Level aufsteigen. Haben wir aber gleich. Ich brauch nur ein Viech. Ein einziges. Ja, ich hab nur ein einziges Viech. Schau mal. Was? Ulti. Junge. Hallo. Das heißt Ulti zu hinten einfach nur. Geht doch. Ja, kommt schon. Jetzt bringt's dann nichts mehr. Entschuldigung, was der? Ich hab gesagt, ich brauch's noch. Ich muss noch ein Level aufsteigen. Aber es braucht ja mal wieder Kader. Dann steig schnell auf. Was ist denn echt? Ja, Entschuldigung, dass die ganze Creep Wave schon weg war. Was sind wir überhaupt da? Eure, drei Nulli ist ein. Ich hol's nicht aus. Und weiter. Tja. Immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Auf gut Deutsch, genken. Alla hat eh noch nix gerissen. Wo, 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 wo. Ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, hallo. Okay, ich geh lieber. Was ziersけて, wie du gesagt hast? Welche Scheiße. Wieso he짝iert, ist der holyfast Lady. Nein. Heeeey, blöd 너. Wieso... Ich brauch das verdammte Item. Gib's mir 6 Gold. Mehr wu 보시ich gar nicht. Bhus Geoff. Warte jetzt noch in der PSO, und schaut mal in titanium 0. Ok, der kleine Scheiß ist in der mitten Ich brauche Coulon Reduction, eindeutig Wieso wolltest du eigentlich im mitten gehen mit K6? Das ist aber eine gute Idee Normalerweise Warte, wir haben einfach kein Chang'e Alles, was ist überhaupt raus? Genau, Kartus, bei Wort Was willst du? Das ist Wurzbein Das soll ich immer wieder sagen, wenn ich Geld habe Moment, war das jetzt das erste Mal, dass irgendein SS in dem Game gesagt worden ist? Nein, das zweite Mal von uns allein Nummer 3 Drauf, drauf, drauf Ja, mein Gott Scheiß dir nicht an Es ist ja so schwer Meine Skills sind jetzt nicht so für den Battle auf kurze Distanzen geeignet Loll 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 Ja, aber ich brauche Coulon Reduction für mein Scheiß-Ultier Das geht ja gar nicht Was tun Sie da? So, warte mal, warte Ich muss nicht mehr auf dem Jazz-Balls kaufen, ey Das ist ja Geldverschwendung Ich habe ja schon kein Geld gehört So, ob klingt jetzt lá sí Ich habe ja jetzt Neue, 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 noue Nuk, nuk, nuk Ich habe ja auch keine Elle, dort Ich bin Fabian. Weitere Com! Drainere Com! Schaut nicht so aus! Weitere Com! Tja, wir sind auch schon ein bisschen mirth wie es scheint. Ja! Kaum! Und ein bisschen untertreiben! Hau, wir haben nicht geschlaucht, was wüssten wir überhaupt. Fette Viehchen aufeinander tragen, ist so viel schwer. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt den Tor-Loder wegkriege. Weil meine Scheiß-Spielse haben wir immer so eine Offloader-Zerte. Wir verlieren gegen den Kender, was Hextage-Gumplein kaufen. Sollte uns das nicht zu denken geben. Nein, 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 nein. Oh ja, dreht's da noch auf. Das wird ein Panther-Game, ich schwör's. Hau, stirbt schneller. Meinst du mich? Ja. Ja. Was erwart's dir? 1000 Leben. Nein, er meint den anderen Kartus. Oh. Der ist dort einen anderen Kartus, man. Das ist ein bisschen zu wundern. Ich verstehe. Aber was erwarten wir, Leute? Ich spüle den Scheiß-Champ-First-Time. Ja, sag's ja mal. Bei Worts, Alter. Du mir auch. Da hat man schon mich auch gehört. Bei Worts. Ja, natürlich, ich bin nämlich Supporter. Ja, eigentlich ja schon. Alter, ich bin Killstealer, nicht mehr. Ist ja das so, ich bin Supporter, oder? Scheint so, oder? Also, ich bin Supporter auf Killstealer. Vor allem die Lux, Alter. Genau. Zum Beispiel Lux. Lux ist der geilste KS-Champ ever. Mit Abstand. Ja. Ja. Na ja. Ash ist ob und zu auch nicht zu schlecht. Und... Ash ist gesupport. Ja, und Kartus. Und vor allem der Shaco-Head. Das sind so richtige schöne... KS-Champs, das... Wenn du so richtig scheiße asozial einsetzen willst, dann kriegst du deine Kills. Für die Untaten. Zeug doch, wenn du nicht einsetzen. Jetzt ist dein Ulti, wann ich das sage, okay? Warte noch, da ist Nuno. Drin. Und jetzt. Wenn der Ulti gar nicht braucht, Ich hab schon aufgefahren. Wow, hallo. Wow. Naja, die V ist halt ein bisschen weggerannt. Und ich bin noch nicht draufgegangen, weil sie mich gefokust haben. Und deshalb hab ich noch schnell ein Ulti gezündet. Kehrt zum Leben. Aber die V halt wirklich schon praktisch Abstand von mir. Wer kann denn holen wir jetzt? Ja, Alter, die soll ja mal ein bisschen Damage machen. Du, das geht ja gar nicht. Die geht ja praktisch nur da an. Und ist weg. Alter, komm. Ich findet der Panther, ich findet der Lie. Sehr schau mal, ey. Na, schauf mal. Das ist wieder ein Panther-Game. Bis zum Schluss, aber wenn du ihn killst und dann auch ein Panther. Schwere. Oh, Alter. Oh, das war da so, Alter. Es ist top. Und weiter. Höhe. Höchsten. Ungefähr. Höhe. Joi, Junge. Du mir auch. Ja, Mama. Komm du mir. Weißt du ja, ich hab nur zu viel Leben. Yeah. Just report time. Nice. Kron hat nur überlebt, oh nice. Ja, jetzt. Alter, der Typ bräbt mit 3 Durern, sag mal dumm. Kauf dir mal was Gescheites. Wieso ist das Gescheites? Für 18 Minuten ist das schon ein bisschen... Schau dir mal deine Items ab, bitte. Ja, Entschuldigung. Bei Worts, bei Worts. Ich hab kein Geld. Entschuldigung, was du sagst. Ich geh da ein bisschen lieber auf AP. Wenn ich so einen Champion hab, der sowieso erst mal 10 Sekunden braucht, dass er irgendeine Attacke zünden kann. Ein bisschen brauchst du Schuhe. Ich geh jetzt junglen, mir reicht's. Na. Ich geh jetzt vorher durch, ey. Und weiter. Mann, das kann halt auch mal Cutter so sein. So, jeder macht aber kurz die Falle weg. So. Und dann geh ich langsam mal wieder zurück, weil dann endlich das scheiß Atom hat. was ich. Der alleine durch den Roundhouse kickt, wenn ich gestorben. Wieso muss ich mich eigentlich... Wieso scheiß ich mich eigentlich ja, oder? Ich weiß nicht. Das hat er auch lesen. Ja, das war die Anruhe. Punt mit Rest SS. Aha. Sag mal ehrlich, das gefällt mir nicht so. Mir gefällt zwar, dass die top lane la ist, aber mir gefällt es nicht, dass die Wii praktisch nix macht. Mit ihrer... 5 Fähigkeitsstärke und 177 Angriffe. War mir... 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 WTF, Alter. Einfach WTF. Mehr sorge nicht. Nein. Nein. So, jetzt auch noch kurz auf 1000 Leben geh, damit ich... mir ausholt, oder so. Nein. Nein. Ich bekomme mir zweimal das scheiß Gittel. Wow, Alter. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Wow. Wow, das war okay gewesen. Und schon wieder die nächsten Kammer waren. Das ist mir schon so egal, glaub mir. So, sind wir uns gekommen? Und ich bin... was... Naja, lasst ihn regn. Klar, die Vili macht ja nichts. Oha. Ihr sagt doch, die geht mal weh nå aus den Weg. Was, ich weiß nicht. 2000 Leben, ich hab 1200 und... Fängt überhaupt kein Schaden an Du wirst schaust dich sehen, wenn du so ein Auge oben hast, gell? Hm, da wursch Na, wursch soll man sagen BOMM, TOR, EULALAL Und den haben wir mal getroffen Ich wütsch Hört mal Keiner daheim Der Gegner mit einem Turm zu stürzen Boah, ich bin da rein noch ein wenig schneller wieder, hm? Also bitte können wir den Lissieren noch mal töten NEPAAAAAA Danke Und jetzt lohner Schneller Schneller, rein, schneller Du hast noch slohn Überhaupt nein So? Na, das slohn nicht, der Sprenger slo Na? Wo ist der Sprenger slohn? Das ist ein guter Du wirst das Rundenachstern noch gelesen hab ich rechts Na? Ich glaube, der Sprenger slohn nun Ich glaube, der Sprenger slohn nun Ihr Schmerz Ja, auch wieder Helos, sonst war das ja Männer gewesen Ja, 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 genau Ihr Schmerz ist meine Ah, ja, nimmst du auf Ah, ja Tust du nur gute, Annie, oder? Hm, nicht unbedingt, ne Ok, das kannst du ruhig eine, du, das ist ziemlich lustig Fernseh Oh, der ist sowieso schon Komplett unmotiviert zum spülen Pfff Verstörer Wer? Wer? Übrigens, mein Ult ist in 40 Sekunden erst wieder ready, gell? Ja Danke Hallo Oh, ich brauche nur kurz irgendwo Geld her Nice Hm, very nice Oh, 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 okay, warte, Hüfte Ha Ha Junge Lauf, Junge Apropos, soll die vielleicht so aber auch noch machen? Ey, wenn einfach so P Ey, soll er schnell Ulti zünden? Na Ah, ist doch alle tot Hey, ich kann was trotzdem zünden Einfach mal so, just for fun Unterschätz meine Fähigkeiten nicht Alter Ich kille sie im Tor Aber ich bin so unmotiviert grad, das glaubst du gar nicht Am Anfang war es so die Garde Ah, wirklich, das letzte Game war echt voll die Garde Und dann... Also, ich muss sagen An ca. 2 kommt Motivation wieder Na, ich hoffe es, weil ich muss dann noch aufnehmen Mal Also, ein richtiges Let's Play Ja, aber dann gehen wir mal gescheitern Und geh jetzt hoppla in Lasos Und dann haben wir ein easy one Ah, ich meine jetzt nicht League of Legends Ich meine auch anders, ein Projekt Na, du spürst nicht, waka Waka Ich sag dazu noch Folgendes Ich brauch ungefähr noch 10 Folgen Und ich hab 3 Auflager Weil irgendein Füllmaterial für die nächsten 10 Doktor Äh... Dead Space oder Mirror's Edge oder so Mirror's Edge ist schon durch Also Dead Space Aber heute dann noch nicht mit Facecam Das druck ich nicht mehr Ich glaub ich sitz so in der Hand immer so drin Äh... Scheiße, wie ich stirb Äh... Alter, bist so schier... Alter, du hältst dir gar nix aus, ja Ja, stimmt, ja Bitch Slap Time! Mauer oder? Heldie! Ja, was ich auch geränt hätte, ist wie bei Helly Blackwave Aber so nicht So sicher nicht Aber doch Egal Mauer Hm, alle tot Mittagspause So So Wo haben wir den Scheiß... Na, das war's nicht Der war's Obwohl... Ich hab eh schon die ganze Scheiß-Items Doch immer kleine Aber mal Rabadons Und dann erst ein Griff des Todesfeuers Das ist das Ulti mit 140 Sekunden her Das geht gar nicht Das sind mal 100 Sekunden zu viel So Das war mein letzter Soz für her Kale, was hast du vor, das sind meine Creeps Was heißt, die sind jetzt lieb, die sind sicher aus lieb Außer sie hocken irgendwo in Amerika, aber das glaube ich nicht Japan Japan? Weißt du ja, das ist ein europäischer Server Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn die Japaner mitspielen, aber dann mehr sind wir schon, ich weiß nicht 200 200 zu 10 quino Lalalala 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 Super Komm, bring nach Ja, ja Alter, wieso macht der Skill eigentlich so überhaupt gar keinen schon Vier Assis hab ich gerade gemacht, ich bin so stark Was, vier Ersche? Ja, vier Ersche Ah, bitte Vier Assis, Alter Ich bin gerade so kurz vor meinem IPern, das glaubst du gar nicht Ja, mir geht's halt anders und ich muss nur aufnehmen, Alter Ja Na, dein Problem Fick dich Na Ich hab auch schon mal sowas vorkommt, wo das zahljokan Irgendwann scheiß einfach so derbsteine Äh Die Sache ist, ich habe versprochen, dass ich noch irgendwelche Folgen für Weihnachten für die Zeit, die ich dann jetzt nicht da bin Äh, hochgeladen Aber ich hab grad nichts Ich kann ein nächstes Let's Play von dem ich drei Folgen schon hochgeladen habe hergeben, aber das wars Ich hab mich einfach nicht aufdauschen Ich spiel da einfach bei LOL weiter Fuck Fickt euch Die haben gewordet, 100 pro Ich kann da einfach bei LOL weiter spielen, als ich sagen Äh Aber Ich nehm nix auf, na Na Na, das geht nicht Ich bin schon so unkonzentriert, dass noch mehr Leute das druck gehen hat Na Das hab ich gar nicht gemeint Boah Scheiß dir, Alter Das war mein Creep Jetzt fangts auch Ja Kein Satz mehr, streiten sie sich um jeden Creeple Äh, du bist so ein Nub-Shaz-Fieder Ey, cool, ich sehe gerade, ich hab genug Geld Ich trau nochmal um Ihr Schmerz ist meine Freude Ja, danke Wie ihr wünscht Der Gegner hat einen Turm zerstört Alter Die Niedenmasher ist Ability Power Kale, geh weg, du Ja Kaktusse Wie ist die Leine? Kaktusse Wieso stößt du meine Kaktusse? Ich weiß es nicht Oh, Gummy-Katte Das war so kein Bock mehr Bitte, jetzt seid ihr einfach Ulti Ja Ja, mache ich auch Ja Wunderhübsch Ich hab sogar einen Assi gekriegt Oh, jetzt könntest du jetzt einmal Du jetzt von Troll Was glaubst du, was ich schon das ganze Game übermache? Mit der Konzentration kostet eh nichts von mir warten mehr Na, jetzt tschü da einmal, tschü da Super Running Speed, Talon, Crit, Bam! Nein So, jetzt ziehst du mir wirklich wie ein Talon anziehen kann, ok? Kaktusse Kaktusse So arme Boots Und sonst nur Lauter Phantom Dancer Wow, 492 Ich bin meine 383er Ich bin auf Superspiel unterwegs Ich brauche einen Zylian Ich versauge dir über zwei Längen, Alter Ich versauge dir über zwei Längen, Alter Das Zylian und Ghost, eh Ghost, eh? Ghost, eh? Zylian und Ghost, ey Und Lulu Und vielleicht auch noch Jenna, was der? Na, Miss F... Eh... Fortune Ja, B***i, hab dich g'seng 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 Ich bin eh noch mehr am Spamen, ey Mehr gehts anders Ey, ich hab einen M-Man Troll getötet, ja? G'seng, G'seng G'seng Du bist Troll, ey Du bist Troll, ey Ich mache ja schon was Geld, ey Mehr als Skills casten kann Er hat immer mit meine 0,94 Sekunden abgelingzeit You see me trolling You're dying Warst du, wo das Problem ist? Ich bin grad nämlich gar nicht gestorben Oh, hallo Na, na Oh, das ist der Problem, ich verstehe schon Ich kann mir jetzt einfach nur mal irgendwelche Low-Items Joh, ich kann mir jetzt wirklich nur mal irgendwelche Low-Items woher das kommt man doch irgendwie verschwenderisch vor kommt man das schon ein bisschen logischer vor das geht es sich schon so weil es nur 30 minuten sein Und das Beste ist über deiner Volltrollen, oder? Die Weih hat da gar nicht drauf, ist die denn jetzt, Ulle? Ja, ich sag doch, die macht nur mehr Scheiß. Selber reißt sie ja auch nix. I'm Talon, and I'm so fucking OP. Schallallalli, I will not see. Ich hätte zu viel Kill-Skillen können mit der Ulti einfach nur für einen Kill. Nein, sowas mache ich nicht. Doch. Sowas mache ich nicht, das ist tief, das ist unter meiner Würde. Das ist jetzt auch schon wurscht, warte mal, ich bespringe mal Nature. Vielleicht hilft's was, vielleicht hilft's was. Ich zählte meine Ulti auf dem Nature, das geht schon irgendwie. Ja, du weißt. Boah, siehst du in Schaden, alles von mir. Na was, meh. Q macht eh nicht so schlechten Damage. Und hat auch eine geile Abgelegenzeit, aber... Der Rest ist halt ein bisschen... Unnütz, wenn ich so sagen darf. Ich find das so geil, unser KSX ist einfach nur so gefiedert. Und tschüss. Und tschüss. Und einmal geht's noch. Und tschüss. Boah. Haha. OP, Alter. Scheiße. ULTI 500 Schaden, eine Karte und den Restoption gemacht. Haha. 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 Man, überleg dir mal, 210 Schaden, jede 0,69 Sekunden. Das ist eigentlich verdammt gut für die... Ja. Ich glaube, mein letzter dann, mein letzter Eifer und Dawn könnt's mir machen. Dawn mach ich's fertig. Ich hab gesagt, ich mach halt noch Penta. Eine Kali-U könnt's mir kaufen. Gern nicht sicher viel. Weißt was? Nein, wir surrendern nicht. Nein, sicher nicht. Sicher nicht. Ich wärgert mir immer gegen Surrendern. Besonders wenn wir gerne. Oder wenn wir schon wollen. Jetzt lass mit mir nixens ein, Creep, Alter. Ich wär aus, ich kneite dann weg. Schaut, die wir kneißen. Oh. Er braucht die bin ansichtbar. Da ist weg, so ein Scheiß. Wow. Wow, ich kann da rein, ja. Alter, ich geb's euch mein Love-Tempo. Das ist einfach wow. Einfach wow. Was das nur wow ist, das ist, dass ich einmal wieder warte, einfach mal die Warte an und warte, dass ich auch noch essen kann. Und Ulti-Ready. Fuck, kann ich nicht mehr einsetzen. Wieso kann ich nicht einsetzen? Mein Ulti ist doch gerade ready geworden. Wupp, wupp. Ja, dann geht's das halt so. Mein Gott. Äh, das ist einfach solche Trawler. Schon nennt ein Assists. Ja, und was geht's denn sonst in einem Game mehr? Geht doch um ein Assists. Geh, 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 was ist denn das? Du würd' eigentlich sagen, einlegt, aber... Was sagt? Geh, 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 geh. Ja, schön, dass du den Schlüssel gekriegt hast. Was willst du damit? Rennst jetzt so wie der Sora mit seinem Schlüsselschwert am Atom und fuchtelst auf Herzlose ein. Voila... Die Bitch! Lass die Worm Obdachlosen in Ruhr. Die Vorbeobte ist der Pia Gittbitta. der ist weg und die hau noch mal kurz und die noch wer was denn wenn ich schon drauf gehe machen wir es richtig kann man auf 14 rein ich glaube ich brauche gerne schuhe da und tippe ok war eigentlich gar nicht so schlecht muss man sagen ja ich setze mich gut endlich ist wieder gut vorher war es nur so ein nur weil ich bin und ich brauche nein man die keller ist ja weil ich bin so okay einfach nur schon mal eben gesehen und wie die vier mal wieder einfach nichts rest server schade so ich habe mir gesagt die wir haben alle noch praktisch gar nichts zusammen macht report kassiks vor hauen abruflose auf die koop ja ich war schon dass die mps kommen wo jetzt ist mir aber scheißegal so lange draufgehe jetzt die zwei kehren falls ja ich habe 30 sekunden abklingt er doch mal um die traf habe ich auch so dass es die ulster auf 20 sekunden die kippen und die fikt uns gedrückt er will gut machst es gut machst es ja wohl gut machst es ja so 4 3 2 1 schlechte jess minions schlechte jess minions wie wird es langsam es wird einfach so peinlich das ist ja das schlimme dran das ist ja das schlimm ist unter gar die oder facken kann ja weil man kann die gar nicht mehr ich netten was mir amelians also ja schon lange nicht mehr so früher hätte ich immer ich nette was das war für das jungle nachricht praktisch und signet mitkommt hast ja leider geht es nicht mehr kann nur mehr gegen feindliche champions eingesetzt werden ich mache solo bei so kann schauen bitte bei mir an zu ist für lustig okay also wischt mir sowieso keiner wenigstens hat mir die kann 100 sekunden mehr abklingen zu erde kann ich alle eineinhalb minuten einsetzen was hat er gerade den blitz gemacht ich würde eher sagen it's crank aber ja ist schon ein bisschen kranker shit du hättest sogar 400 ap noch j festivals 4 j 1 später ich d passiert da du